Hallöchen zusammen! Heute machen wir die Frau der schickste Top-Render-Bots-Ali-U. Das ist die Bieslein. So, ein Clip und klar. Was wir ziehen wollen ist. Mew. And Mew. Das andere. Oh! Und das. Das ist ein bisschen. Aber das eine war cool. Da würdest du mal eine große freuen. Hier versteckt sich ein Nachtharrer. Das wird auch so eine geile Tasche. Schauen wir mal, was das Glück bringt. Clip! Oh, da sind sie. Wali. Sein Baby. Pikachu. Da sind sie. Drei. Drei. Vier. Oh! Ah, wo ist eigentlich der Promo? Oh, jetzt habe ich sie in Deutsch und ich habe Promo. Ich hatte das Glück, weil sie das gezogen ist. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Kommen wir zum. Reisigen. So, werden wir was ziehen. Wenn ja, war schön. Oh Gott, das glitzert schon. Oh Gott, ich habe mich selbst. Oh, das glitzert. Oh Gott. Das war ein shiny. Hundertprozentig. Ja. Warte. Yeah. Apollo. Kiefelchen. Ja. Wie war ich mit so einer Dauerlocke da? Mit drehen. Wie wirst du das gut? Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, so süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott.